So, moin moin und willkommen zurück, selbe Stelle, neue Welle, Tribolos Let's Play, eine neue Runde Sky Factory 2 und bei mir mit dabei der vollkommen überraschte Kladdo. Oh mein Gott, hallo! Ja, vollkommen überrascht, weil ich hab die Aufnahme einfach gestartet, ohne zu sagen, so ich fang jetzt an oder ein einzuzählen oder sonstiges, weil ich war gerade ein bisschen verwirrt über meinen rechten Monitor. Ja, wie man an meinem Inventar erkennen kann, Redstone Energy Flux Duct, ich hab da jetzt hier unten quasi alles soweit ausgetauscht, sind jetzt überall diese Flux Ducte drin, nur die Energy Zellen, die müssen wir bei Zeiten nochmal austauschen. Also sprich die hier und die, die da unten ist, weil die drücken viel zu wenig Energie raus. Ähm, aber nicht jetzt, wollte ich normalerweise sagen. Doch, können wir eigentlich gleich machen. So, dann, eine kleine Änderung. Ich hab einen Soundmuffler dort vorne, hier herüben, dort, da. Der ging mir so auf den Sack hier, der ganze Mist, musste ich da oben einen Soundmuffler einbauen. Des Weiteren, ich werd hier noch ein bisschen umbauen, ähm, an der Monsterfalle, und zwar was das System da angeht. Da werd ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen um- und anbauen, weil wir sind jetzt in der Situation, dass wir eigentlich genügend Materialien für alles hätten. Und, ja, müssen wir jetzt mal langsam mit anfangen. So, und zwar brauchen wir langsam einen Induction Smelter. Den kriegen wir doch wohl gleich hin. Oder hatte ich schon einen Induction Smelter gebaut, Kalle, weißt du das noch? Ähm, kann ich dir nicht sagen. Das ist gut. Keine Ahnung. Das ist okay. Ähm, ja. Was machen wir jetzt eigentlich mit den Hardenflagstacken? Die Hardenflagstacken, äh, achso, hier hatte ich schon mal angefangen, Obsidian einzubrennen. Die Hardenflagstacken bauen wir alle in Pulverreise rein. Kriegen wir Redstone und Invernugget zurück. Ähm, ja. Schöne Sache, feine Sache, ein bisschen Recycling. Kann man sich mal gönnen. Jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken, was brauchen wir denn? Äh, zwei Gears, ein Eimer. Hat die so ein Ding nicht vorhin erst gebaut? Weiß ich nicht. Ich bin verwirrt. Kommt mir so bekannt vor. Naja, egal. Ich weiß es nicht. Ich baue das Ding jetzt einfach. Ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Ist mir wurscht. Scheiße, wir haben noch was vergessen. Dann brauchen wir dann noch hier Gold bestimmt, ne? Jawohl. Gold und zwei Redstone. Habe ich denn noch so viel Platz? Ja, genau so viel Platz habe ich noch. Einmal Gold. Und einmal Rotstein. Wunderbar. Zweimal Rotstein übrigens. Einmal ist einmal zu wenig. So, Redstone, Redstone. Yalt. Färtsch. Achso, das können wir da uns schenken. Das können wir da später reinpacken. So. Zwei Inva-Gears. Hier haben wir den Kollegen. Zack, zack. Dann packe ich den dort schon mal hinten. Weil den werden wir ja gleich nochmal brauchen. Das Eisen. Verdammt. 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 Jetzt haben wir die Taschen voll. Haben wir hier irgendwo irgendwie Platz, dass ich mal was parken kann oder so? Da ist auch schon wieder voll. Goldenbeck und Fulding ist auch voll? Keine Ahnung. Da gucke ich immer nicht rein. So, wir brauchen noch 10. Viermal, genau. Das reicht. Sollte reichen. Müsste reichen. Könnte reichen. Ne, wird reichen. Dann können wir mal die Glasscheiben zurückpacken. Die sind für die Tanks unten im Keller gewesen. Weil ich habe das Ganze ja mal endlich fertig gebaut. Denn eine kleine Obsidian-Produktion habe ich Offscreen da unten auch hingesetzt. Ist ja nichts Besonderes. Deswegen habe ich mir das jetzt geschenkt, das Ganze in einer Aufnahme zu machen. Weil, hey. Da steht einfach jetzt nur ein Ding ins Rum. Äh, wie heißt der Kunde? Igneos Extruder. Genau. Danke, so heißt er. Igneos Extruder. Der steht da einfach nur rum. Und baut so ein bisschen Obsidian rum. So, dann brauchen wir noch. Dankeschön. Dann brauchen wir noch einen Machine Frame. Und fertig ist der Induction Smelter. So, dann haben wir das einmal zurück. Und dann Eisen, 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 Eisen da wieder rein. So, Induction Smelter. Mainmäßig werden wir das Gerät gebrauchen, benutzen, haben, machen, tun für... Ja, für was eigentlich? Hardened Glas. Das Zeug hier. Hauptsächlich will ich Hardened Glas halt rausbekommen. Weil wir werden hier noch so viel mit Thermal Expansion und mit den Retrievern und so weiter arbeiten. Da werden wir nicht oben rum kommen, das Zeug zu bauen. So, was brauchen wir noch? Dann wollte ich bauen einen Alloy Smelter. Wir brauchen nämlich einen Alloy Smelter. Dafür brauchen wir dreimal Furnace. Oh, können wir überhaupt so einen... Ja, können wir. Ja, können wir bauen. Haben wir da? Kostet. Haben wir da? 20 Euro. 20 Euro. So, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Gold. Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Redstone. Redstone. Nee, ja. Zwei Mal. Na, wir machen jetzt schön Fortissimo. Immer eins nach dem anderen. So, einmal das und so und so. Fertig ist der Basic Capacitor. Dann, als nächstes, hauen wir das Elektrum hier mal rein. Nehmen uns hier ein bisschen Iron weg. Ein bisschen ist gut. Und halt, stopp. Warte mal, warte mal, warte mal. Moment mal. Hier. Da haben wir nämlich noch Iron Bars. Die brauchen wir vier Mal. Vier. Was brauchen wir denn noch? Vier Mal Eisen. Ja, okay. Kriegen wir hin. So, vier Mal Eisen. Vier Mal diese Iron Bars. Und dann dieser Basic Capacitor. Fertig ist der Maschinen Case. So, dann brauchen wir noch drei Furnaces. Das ist auch kein Ding. Kein Ding der Unmöglichkeit. Hätte ich jetzt gedacht, so. Ne, hier bin ich aber verkehrt. Draußen steht der Cobblestone. Liegt der Cobblestone, wie auch immer. So, einmal ein Stack in der Hand. So, und ich habe mir das Achievement Book angeguckt. Und habe das ein bisschen, ähm, ja, mehr oder weniger durchgearbeitet. Oder angefangen durchzuarbeiten. So vom geistigen Auge. Und, äh, man könnte jetzt natürlich sagen. Wie jetzt? My God's Star Tribolo. Du machst was mit, ähm, Ender.io. Ja, ich bin gezwungen. Alois-Melder! Yeah! Wir haben einen Alois-Melder. Und was wollen wir denn? Yay! Und was wollen wir denn mit? Ja, Alois-Melden. Pfff, pfff, pfff. So. Den Alois-Melder, den packen wir hier erstmal hin. Also ich meine, man kann sich schon ungefähr denken. Man weiß ja so, äh, wie ich so manchmal ticke und so weiter. Man kann sich schon denken, hier drüber, da wo Kalle jetzt steht, da wird nochmal so eine kleine Maschinenecke hinkommen. Das ist, deswegen sage ich auch die ganze Zeit, das ist nur erstmal. So. Jetzt haben wir ein Problem. Kein großes, aber ein kleines. Wir müssen von hier unten, von da drüber, wie auch immer, da müssen wir eine Integrienz hier mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, jetzt ist mein Internet wieder zusammengebrochen. Kalle antwortet nicht, das macht mich nervös. Äh, nö, das hattest du erst vor ein paar Minütchen. Ja. Was, dass das Internet weg war? Ja. Ja, ist ja auch nicht, whoops. Ist ja auch die letzte Zeit nicht so selten bei mir, ne? Das ist wohl wahr. Ich weiß. Jetzt haben wir hier echt keine Wasserquelle. Haben wir gut gemacht. Shit. Muss man uns auch noch was einfallen lassen. Weil das hier mit dem Witchwater und diesem ganzen Kack, da habe ich gar keine Lust, dass, äh, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie viele wir jetzt brauchen. Wir brauchen ein Slice. Slice and Splice. Dafür brauchen wir Solarium. Und das Solarium kriegen wir raus aus Soul Sand und Iron, ne, was ist das? Iron Gold Ingot. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Ja, top. Könnte ich eigentlich Kalle hinstellen? Dann macht er wenigstens nichts kaputt. Hier kann er nichts falsch machen. Habe ich da nicht nur einen zweiten Eimer drin gehabt? Hatte ich bestimmt, aber der ist dann weg. Auch gut. Mein zweiter Eimer ist weg. Ah ja, danke. Ja, so ist richtig. Aber ich meine, wir sind ja auch doof. Wir könnten ja auch noch eine zweite Barrel da hinpacken. Haben wir noch ein paar Barrels? Ich glaube nicht, oder? Better Barrels oder mal zu Barrels? Ich mach schon. Lehn dich zurück, entspann dich, genieß die Show. Patsch dir nochmal eine. In your face. Ich glaube, ne, der ist verkehrt. Aber so? Ich meine so, ne? Ja, genau. Dann können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Nicht viel. Aber immerhin ein bisschen. So. Das Zeug hier, die Barrel, die muss ja nur bekanntlich auf dem, äh, wie heißt das? Mycelium stehen. Mycelium, Mycelium, wie auch immer das nur heißt. So. Wupp. Du könntest nochmal zwei von diesen Oak Barrels bitte bauen. Und dann, äh, ne? Weiß schon, wie ich das angeordnet haben möchte. Das sieht man ja. Ja. Und dann wollen wir das Ganze auch nochmal bei Zeiten automatisieren. Weil wir müssen, leider Gottes, dieses, diesen Soulcent, da führt kein Weg dran vorbei. Ich hab mich, äh, heute mit, äh, ich hab mich heute ein bisschen mit, äh, dem Juten Klaus unterhalten. Und dabei kam dann für mich raus, wir werden nicht drumrum kommen, diese Barrel-Geschichte hier zu automatisieren. Und zwar aus dem gleichen Grund wie bei Sky Factory 1. Und da kann ich gerne spoilern, weil, wenn ihr das sehen wollt, dann guckt ihr das ja bestimmt bei mir auf dem Kanal. Mal. So. 10 Gold, ey. Wenn ich dazu höre, ne? Und dann so an andere Spiele denke, was sind schon 10 Gold? So, und Zähne. Hä, was für Zähne? Na, ne Zähne. Sehnen einer Zähne. Kennt auch keinen Mensch mehr, glaub ich. Oh, das mit dem Sound-Muffler war echt ne gute Idee von mir. Was ein Glück, dass ich, was ein Glück, dass ich diese Idee hatte. Und aus und Weise mal nicht so, dass ich mich mit Klaus, äh, Kalle sein Federn rühme, ne, sondern das war tatsächlich meine Idee. Es ist ja nicht nur, Klaus passiert das, dass er mich anmoderiert, mir passiert das auch, dass, äh, naja, Frage ist jetzt natürlich, was das Schlimmert. Dass du Klaus anmoderierst. Ja, ich hab den Satz nicht zu Ende gebracht, weil ich stell mir grad so die Frage, was ist jetzt schlimmer oder für wen ist es jetzt schlimmer? Für dich oder für ihn? Kann man mir gerne mal in die Kommentare posten. Alles klar. Was denkt ihr dazu rüber? Ja, nun, Kalle, hast du etwa gedacht, hier ist irgendwie, ich weiß nicht, Eierschaukeln oder so oder Eiertanz? Hier wird mit harten Bandagen gekämpft in Minecraft. Oh, das war falsch. Nein, das war... Das war richtig. Machine Case. Was brauchen wir noch? Ne Schere und ne Ironore-Axt. Halt, wo will ich hin? Hier ist das nicht drin, was ich will. Hier ist das auch nicht drin. Hä? Denn es ist im Keller. Okay. Äh. Zwei macht vier. Zweimal zwei macht vier. Bidi bidi. Und zwei macht neune. Ich baue mir die Welt. Bidi bidi bidi. Bidi bidi. Das hat Minecraft so an sich, dass man sich was bauen kann, wie es ihm gefällt. Gott, wie er das wieder nicht kennt, ey. Bei der blöden Antwort kannst du das gar nicht kennen. Natürlich kenne ich Pipi, Victualia, Pfefferminzbonbon, Schießmilchtot, Langstrumpf. Du bist auch so ein Pfefferminzbonbon. Die hat Pfefferminzbonbon im Namen. Hat sie nicht. Aber sowas von. Das muss ich googeln. Wo willst du das überhaupt wissen? Du kommst aus der Deutschen Demokratischen Republik. Du kennst den Teufel mit den drei goldenen Haaren. Haaren. Nicht Haaren. Haaren ist was anderes. Mit den goldenen Haaren. Ich habe in diesem Schlaß geguckt, würde ich mal sagen. Mit dem goldenen Haaren. Nehmen wir doch mal ein Goldbad. Puh, jetzt wird's eklig. Und mit dem roten Halsband. Jetzt wird's eklig. So, Spinnenkopf da oben hin. Und dann kommt das da hin. Und dann kommt das da hin. Und dann kommt Maschinencase da hin. Und dann haben wir ein Slicen-Splice. Und ich möchte dazu sagen, das ist das erste Mal in meinem ganzen Minecraft-Leben. Klingt auch schon wieder so richtig falsch. Dass ich so ein Slicen-Splice-Ding der Unmöglichkeit gebaut habe. Den haben wir da mal zwischen. Oh, die Folge hat es hinter sich. Ja. Wie das denn jetzt weiter funktioniert und so weiter. Hau ab. Das ist nichts für kleine Kladdus hier. So, wie das denn weitergeht, das seht ihr übermorgen bei mir. Morgen geht's erstmal bei Kalle weiter. Und wenn du das nicht hinkriegst da oben mit Botania, dann gehst du mit dem Stock. Anal. Ja, okay. Alles klar, ich bin raus. Ja, das sind wir tatsächlich. Und ich würde sagen, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut rein. Und Tschüss. Ciao.